Hi, mein Name ist Lütho und ich bin super froh, dass ich diesen Kurs endlich geschafft habe und endlich gemeistert habe. Ich wollte schon so lange machen und endlich habe ich die Chance gehabt, dieses zu absolvieren. Ich bin relativ unbedacht reingegangen und wollte mich einfach nur entfalten, meine Persönlichkeit ein bisschen weiterentwickeln und mutiger werden. Und ich denke, obwohl ich eine relativ selbstbewusste Person bin, denke ich so, es fehlt ab und zu ein bisschen so dieses Kitzeln, dieses gewisse Etwas, um das zu spüren. Und ich denke auch, dass Kira mir diese Möglichkeit gegeben hat, diesen sicheren Raum mich zu entfalten, der sein zu können, der ich wirklich bin und zu begeistern und wirklich die Masse mitzureißen. Und es gab natürlich einige Momente, wo ich wirklich nachdenklich wurde und viel gezweifelt habe. Aber diese intensive Zusammenarbeit hat mich wirklich gelehrt, zu sagen, dass alles okay wird und es ist ein Prozess und ich bin so froh, dass ich diesen Schritt gegangen bin. Also der Kurs bin ich sehr einfach reingegangen, ohne große Art Erwartung. Was mich dann auf einmal positiv überrascht hat, war das Feuer von Kira, was sie dann an den Tag gelegt hat, wie sie die Sachen rübergebracht hat, fand ich richtig gut. Dieser Kurs hat mir sehr, sehr viel geholfen. Ich habe angefangen, mich zu suchen, mich zu finden. Ich weiß jetzt ganz genau, wie ich kann mit meinen Gefühlen arbeiten. Und ich habe jetzt auch verstanden, was ich möchte in Wirklichkeit. Und ich werde dazu auch geben. Ja, in dem Kurs habe ich mehrere Sachen dazugelernt. Vor allem bewusst im Moment zu sein, bewusst sich zu verhalten, auf seine Körpersprache zu achten, Charisma aufzubauen und auch schlagfertig zu sein. Also kann ich wirklich jedem raten, vor allem mit Kira zusammenzuarbeiten. Ich fand es wirklich wundervoll und würde es auch wieder machen. Dankeschön. Ja, theatralische Methodenmarkt ist bestimmt schwierig. Insbesondere bei den Menschen, die, wie soll man sagen, also die wirklich das Innere pflegen und nicht ranlassen. Ist bestimmt ganz schwierig. Macht sie ganz klasse, ganz professionell. Finde ich super. Die Methoden natürlich auch jedes Mal ein bisschen erweitert. Ist auch ganz schön. Bisschen Theorie, bisschen Praxis. Finde ich die Balance auch richtig gut. Also ich fand den Kurs hier richtig toll, weil ich fand die Gruppe war auch richtig, richtig warm. Und also am Anfang war es ein bisschen komisch, es ein bisschen zu öffnen und aus der Konformzone rauszukommen. Aber nach einem Tag fand ich das, wenn ich am nächsten Tag hergekommen bin, dass es war wirklich toll. Und ich fand, Kira hat das auch sehr, sehr empathisch gemacht. Und ja, also ich glaube, ohne sie hätte es das gar nicht mehr so viel Spaß gemacht. Und ich habe von ihr ganz, ganz viel gelernt und ich glaube, ich kann das auch für jeden auch zustimmen. Ich bedanke Kira ganz, ganz, ganz herzlich. Der Kurs hat mir so viel positive Energie gegeben. Und der Kurs ist ein Start ins neue Leben. Ein Leben mit großem Erfolg. Dankeschön. Kira ganz, ganz herzlich. Kira ganz, ganz herzlich. Kira ganz, ganz herzlich. Kira ganz, ganz herzlich. Kira ganz, ganz herzlich.